unser kann man das einfach öffnen und schließen der kreativ modus ist halt einfach nur da um zu bauen denn man braucht keine ultimate phase oder sonst irgendwas man kann einfach abbauen und zum beweis dass minecraft viel flüssiger läuft zeige ich euch das jetzt und zwar ihr seht schon TNT und minecraft das direkt zu schluss dazu baue ich jetzt einfach mal runter auch egal 50 und baum ist hoch ähm wie ihr vielleicht hört wenn ich dauer drücke passiert gar nichts ich muss ständig drücken ich weiß nicht ob das normal ist oder keine ahnung was keine ahnung so jetzt renne ich mal kurz weg und ihr seht es explodiert und es ist flüssig es ruckelt nicht um gar nichts ein rein flüssiges spiel ein rein flüssiges spiel von jam let's play also dass er auch veröffentlicht dass das jetzt eine mission ist wo von irgendeinem mitarbeiter oder sowas illegal veröffentlicht wurde es ist legal runterzuladen und es ist legal es zu spielen es ist auch legal irgendein video jetzt drüber zu ja zu machen zu kommentieren zu zeigen was jetzt neu ist ähm und ja ich find's einfach nur genial wir sind kleinigkeiten aber diese kleinigkeiten die machen schon einen großteil aus und wenn ich jetzt nicht in so einem kack bald wäre könnt's euch noch was zeigen oh ja das ist auch neu und zwar riesige ruinen ihr habt es gesehen ich hab die map generiert da ist nichts irgendwie manipuliert oder irgendwas das ist live wahrscheinlich wenn ich ups wenn ich jetzt Monster anmache das wollen wir auch Monster dann könnte ich euch gleich mal die Fackeln zeigen und zwar haben wir ein leicht gelbliches Licht sieht zwar irgendwie äh komisch aus aber find's cool wahrscheinlich soll der so einen alten Minenschacht darstellen aber oh ne wieso nicht riesige krater ah ja und da ist auch schon der Enderman der wird mich jetzt angucken der wird mich jetzt angucken grünen Augen und wenn ich jetzt weg gucke lol jetzt haben seinen eigenen kompanen ihn ermordet normalerweise bekommt er dann rote Augen soweit ich weiß und greift mich dann an was ich euch noch zeige ist der Bogen der hat sich nämlich verändert Pfeil und zwar der Bogen muss gespannt werden und dann kann ich schießen ah ok ich denke das ist doch so da sind die XP ich gehe automatisch langsamer und ja es wird ein wenig herangesoomt und ja es wird ein wenig der Bogen wird gespannt es wird herangesoomt und ich kann zählen ähm ja soweit ich weiß gibt es auch irgendwie noch Flymode einen integrierten aber ich wüsse jetzt nicht äh irgendwie wie der aktiviert wird da keine Ahnung keine Ahnung hm keine Ahnung dann dann baue ich mich mal hoch und dann dann natürlich nochmal alles in die Luft hier dann dass ihr seht dass alles flüssig läuft das läuft flüssig da könnt ihr dann auch mit 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 50.000 ja mit 50.000 ja ja ist dann wohl übertrieben äh das sei es dir selbst schuld wenn es hängt aber normalerweise hat es schon bei 5 TNT angefangen zu lecken da hinten seht ihr schon was ich gemeint habe und zwar das ist erstmal eine riesige fläche mit gras die die abteilung sind wirklich abgegrenzt es gibt normale wiesen es gibt solche wälder es gibt diese wälder da hinten es gibt ruinen es gibt sonst was es gibt die wüste es gibt stinknormale eislandschaften dann was es noch geben soll sollte während riesen pilze aber von denen habe ich jetzt noch nie gesehen und wie mir ja auch gerade auffällt gibt es viel mehr pilze weil es viel mehr pilze jawoll diese dinge keine ahnung was das ist irgendwie sowas keine ahnung ist halt einfach natürlich denke ich mal warum auch immer ist lag bei mir ich freue mich schon wenn die ersten texturen patches rauskommen und minecraft 1 von 8 wird richtig geil ups ich denke ich werde mir noch den sonnenuntergang ansehen und dann war es das für heute es ist nicht schön und keine map geladen ein flüssiger übergang vom tag in nacht und damit möchte ich mich verabschieden mit minecraft und der 1.8 ist bin ich es ist und ich